Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, Sie sehen es hinter mir, es ist Weihnachten Adventszeit. Jeden Tag bei uns der Adventskalender um 17 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr besuchen Sie uns, lassen Sie sich überraschen. Weiter im Angebot Puccinis Tosca und um die Weihnachtstage die Zauberflöte und Wiederaufnahme der Frau ohne Schatten, beides unter der Leitung von Kent Nagano. Und suchen Sie noch ein Weihnachtsgeschenk, auch Opa kann man verschenken. Informieren Sie sich, wir haben ein sehr vielfältiges Angebot.